Entdecker Entdecken Entdeckung Entdeckt Entdecken Entdeckerin Wer wird entdeckt? Was wird entdeckt? Wer entdeckt und mit welchem Ziel? Für wen ist das Entdeckte neu und für wen nicht? Und wer hat sich überhaupt das Recht herausgenommen, zu suchen? Wessen Geschichte wird erzählt und welche Geschichten bleiben ungehört? Etwas zu entdecken beinhaltet die Vorstellung, etwas scheinbar zuerst zu finden. Das bedeutet auch, etwas, das entdeckt wird, ist etwas über das Wissen gesammelt, das beobachtet, beschrieben und kontrolliert werden muss. Der Kolonialismus hat gezeigt, wie die gewaltsame Neugier und das rücksichtslose Streben weißer EuropäerInnen nach neuen Handelswegen, Rohstoffen, unbezahlter Arbeitskraft und Wissen Menschen zu dem Glauben verleitete, sie wären Entdecker. Sie behaupteten, sie würden eine neue Welt entdecken. Eine Leerstelle auf den von ihnen gezeichneten Landkarten, die es mit Hilfe des Entdeckens zu beseitigen galt. Entdecker schrieben, klassifizierten, zeichneten Karten, fanden, Schätze und sammelten Kulturgegenstände der kolonisierten Bevölkerung, um den Menschen in Europa von ihren Fantasien einer fernen Welt zu erzählen. Das Problem ist, dass Entdecker auch Töteten, Vergewaltigten, Kolonisierte umsiedelten, versklavten und sie gegeneinander ausspielten, um ihre Macht zu sichern. Sie zwangen sie trotz Widerstand, ihre Gesellschaftsformen zugunsten des Christentums aufzugeben und raubten kulturelle Artefakte. Sie sprengten existierende Bildungssysteme, Ökonomien und Landwirtschaften, um europäische Modelle einzuführen. Mithilfe von Alkohol erzwangen sie Verträge, damit die Kolonisierten ihr Land aufgaben. Die weißen Entdecker aus Europa waren keine Entdecker. Sie waren Eindringlinge, Ausbeuter, christliche Fundamentalisten und Unterdrücker. Wieso reden wir hier eigentlich nicht von Entdeckerinnen? Auch wenn kaum weiße Frauen als Entdeckerinnen bekannt geworden sind, heißt das jedoch nicht, dass sie nicht auch eine entscheidende Funktion im Kolonialismus innehatten. Während im öffentlichen Bereich meist die Männer Politik und Wirtschaft betrieben, sollten Frauen im privaten Bereich für Haushalt und Erziehung sorgen. Deshalb haben zunächst Männer die Rolle des Entdeckers oder Kolonialherren eingenommen. Weiße europäische Frauen hingegen haben in der Kolonialzeit die Funktion erfüllt, eine deutsche Kultur vor Ort zu etablieren. So nahm sich der 1907 gegründete Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft es zur Aufgabe, das deutsche Nationalgefühl zu stärken, indem sie beispielsweise sicherstellten, dass es zu keinen Ehen zwischen Kolonisierten und Kolonisierenden kommt. Frauen siedelten in die Kolonialgebiete um und errichteten Bildungsinstitutionen nach deutschem Vorbild, schrieben Kolonialromane und Erfahrungsberichte für Zeitungen in Europa. Sie waren maßgeblich daran beteiligt, kolonialistische Interessen zu wecken oder zu verstärken und sie prägten aktiv rassistische Vorstellungen, um ihre eigenen Positionen in der Machthierarchie zu sichern. Somit nahmen weiße Frauen auf ihre Weise teil am Eindringen, Ausbeuten, Christianisieren und Unterdrücken. Sie verbreiteten ein positives Bild vom Entdecken. Auch heute gehören diese kolonialen Vorstellungen von Entdeckern und Entdeckungen keineswegs der Vergangenheit an. Der Begriff der Entdeckung taucht neben exotisierenden Bildern in Reisebroschüren auf, er verspricht in Supermärkten den Genuss von bisher Unbekanntem und Fremdem. Die Antwort auf die Frage, wer hier wen oder was entdecken kann und darf, ist aber nach wie vor von kolonialen Zuständen, Ungleichheiten und Gewaltverhältnissen geprägt. Mit der Entwicklung rassistischer Theorien rechtfertigten weiße europäische Kolonisatoren ihre Vormachtstellung in der Welt und teilten sie untereinander auf, herrschten über sie. Diese Machtverhältnisse und der ihnen zugrunde liegende Rassismus wirken bis heute auf vielen Ebenen von Gesellschaften weiter. Weißsein wird als normal dargestellt und wahrgenommen. Deshalb wird es nicht benannt. Wir, die dieses Video machen, profitieren als weiße Deutsche von Rassismus und haben dadurch Privilegien, zum Beispiel nicht auf Rassismus reagieren zu müssen. Viele Menschen sind jedoch tagtäglich mit den Auswirkungen des Kolonialismus konfrontiert. Rassistische Bilder gehören keineswegs der Vergangenheit an. Deswegen ist es wichtig, kritisch nachzuvollziehen, wie über Geschichte gesprochen, nachgedacht und geschrieben wird. Die gewaltsame Geschichte des Entdeckens wird in Deutschland oft verleugnet und als irrelevant abgetan. Das Fortbestehen kolonialer Heldenverehrung im öffentlichen Raum durch Statuen oder Straßenplatznahmen lässt eine positive Besetzung der Entdeckerrolle unangetastet. Auch an Orten wie Museen ist selten Platz für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept der Entdeckung. Statt über die Verbrechen der Kolonialzeit aufzuklären, wird der Mythos des sogenannten Entdeckers und Abenteurers fortgeschrieben. Personen des antikolonialen Kampfes verbleiben in der geschichtlichen Versenkung oder werden als anonyme Opfermassen dargestellt. Die Namen der antikolonialen Widerstandskämpferinnen sind in Deutschland weitestgehend unbekannt. Ihre Geschichten und Perspektiven werden von weißsozialisierten Deutschen bis heute kaum gelehrt und gelernt. Eine einseitige Geschichtsschreibung verhindert nicht nur eine kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, sondern verstellt auch den Blick auf heutige Rassismen und andere Folgen des Kolonialismus. Deswegen ist es wichtig, den von Rassismus Betroffenen zuzuhören, von ihnen zu lernen und die eigene Position permanent zu reflektieren. Viele Kollektive von schwarzen Menschen, People of Color und weiße Verbündete arbeiten schon sehr lange daran, das Projekt einer dekolonisierten Zukunft voranzutreiben und mit dem weißen Blickregime zu brechen. In Aktion, Intervention und Debatten wird eine Forderung nach ständiger Selbstreflexion formuliert und Veränderung verlangt. Dominante historische Narrative können so gestört und hinterfragt werden. Es wird Raum geschaffen für andere Geschichten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017